Einen wunderschönen Buongiorno Ladies und Gentle People. Ja, diesmal wieder ein sehr merkwürdiges Video. Ungeschnitten, ein One-Taker. Ich liebe Computer, mehr will ich nicht dazu sagen. Also, oder vielleicht doch. Ich habe die Grafikkarte ersetzt, als sie kaputt war. Dann funktionierte der PC wieder. Dann hat mein Bildschirm gestreikt. Und ich habe mir nur ein Bildschirm gekauft. Dann war was mit den Boxen. So, dass ich dann eben halt neue Boxen benötigt habe, damit ich überhaupt Sound habe. Ja, und so wie es jetzt aussieht, streikt der Grafikspeicher. Oder war es der Arbeitsspeicher? Naja, auf jeden Fall habe ich das Ding, den PC, jetzt eingeschickt. Und werde jetzt mal gucken, was damit ist. Ich hoffe, ich bekomme die nächsten Tage irgendeine Antwort. Naja, wie die Leute schon dort sagen, Hauptsache wir haben Spaß. Und ja, dementsprechend, sobald entweder ein neuer PC da ist oder mein alter PC wieder repariert ist, mache ich weiter mit neuen Videos. Bis dahin verabschiede ich mich von euch mit Hasta Luego. Nicht vergessen, anschauen, liken, abonnieren. Und falls ihr doch mal irgendwie zwischenzeitlich noch irgendwie ein Statement von mir haben wollt, in so einem kleinen One-Taker, setze ich mich gerne daran. Bis dahin, macht's gut, euer Mitch von Tooth's Creek. Also, was ihr gaspelt... Undplique.